Dilldorf Das packende Dokudrama Die Aldi-Brüder in der ARD, darin hat Regisseur Raymond Leu die 17 Tage der Entführung von Theo Albrecht zum Dreh- und Angelpunkt seiner Erzählung über eine der bedeutendsten, aber auch geheimnisvollsten Unternehmerfamilien Deutschlands gemacht. Theo Albrecht wurde am Auto entführt. Nach der Entführung lebte Theo Albrecht sehr zurückgezogen. Das Trauma ließ ihn nicht mehr los. Zu diesem Leben gehörte auch ein ganz spezielles Auto. Ein gepanzter Mercedes, der nach Theo Albrechts Tod im Jahr 2010 in Dilldorf verkauft wurde. So hart urteilen die Aldi-Darsteller an Klavitte und Christoph Bach über den Discounter. Es passierte am 29. November 1971. Zwei Männer lauten Supermarktmilliardär Theo Albrecht, der mit seinem Bruder Karl das Aldi-Imperium aufbaute und später in Nord und Süd aufteilte, fuhr der Firmenzentrale in Hirten auf. Der eine, der wegen Spielsucht hochverschuldete Dilldorfer Rechtsanwalt Heinz-Joachim Ollenburg. Der andere, Tresorknacker Paul Krohn. Mit gezückten Waffen zwangen sie Albrecht, sich in den Kofferraum seines Mercedes 280 SL zu legen. Die Fahrt ging nach Dilldorf, wo das Opfer 17 Tage lang in einem Hinterzimmer von Ollenburgs Kanzlei gefangen gehalten wurde. Gegen eine Lösegeldsumme von 7 Millionen Mark ließen sie ihn nach der Geldübergabe in Breitscheid bei Dilldorf wieder frei. Panzerwagen für 1,4 Millionen Mark Am 24. Juli 2010 starb Theo Albrecht im Alter von 88 Jahren als einer der reichsten Männer der Welt, geschätztes Vermögen, 12,8 Milliarden Euro. Nur eine Woche später stand sein Wagen bei Dilldorfs Autohändler Michael Fröhlich zum Verkauf. Eine echte Panzerkarosse. Wir nahmen damals das Auto genau unter die Lupe und sahen Details, die nur erahnen lassen, wie sehr Theo Albrecht unter den traumatischen Erlebnissen der Entführung gelitten haben und Angst vor einer Wiederholung gehabt haben muss. Eine Mercedes 420 LS-Klasse, Baujahr 1996, mit einer Höchstschutzpanzerung der NATO. Sogar mit eigener Innenraumatemluftversorgung. Allerdings mit spartanischer Innenausstattung, Stoffsitze, keine teure Holzverkleidung, typisch für Albrecht, der auf sparsamen Fuß lebte. In die Sicherheit seines Autos aber investierte er, 1,4 Millionen Mark hatte die Spezialunfertigung der Firma Trasche gekostet. Der Wagen wiegt 3,5 Tonnen, hat 279 PS und am Jahr 2010 176 000 Kilometer runter. Die Sicherheitsextras in Albrechts Mercedes. Schusssicheres Glas, die Panzerglas-Scheiben waren 6,5 Zentimeter dick. Randflatreifen, auch die Reifen waren schusssicher. Abhöranlage, in den Außenspiegeln waren unsichtbar von Außen-Hightech-Richtmikrofone angebracht. Insassen konnten so die Umgebung auf bis zu 30 Metern Entfernung abhören, sogar flüstern. Wegsprengbare Türen, auf jeder Tür befand sich im Innenraum ein Knopf mit einer Schutzkappe. Hätte man den Knopf gedrückt, wäre die Tür bürotechnisch rausgesprengt worden. Telefon im Kofferraum, im hinteren Teil der Kofferraumdecke war ein Telefon versteckt, damit man im Falle des Falles Hilfe alarmieren konnte. 2010 wurde die Korosse über Ebay versteigert. Fernstart, mit einer Fernbedienung konnte man den Mercedes starten, ohne, dass man drinnen sitzt. Für den Fall, dass jemand eine Bombe installiert hat, die beim Motorstarten explodiert. Übrigens fuhr ein Chauffeur den Wagen.